So, liebe Damen und Herren, jetzt darf ich mich auch zu Wort melden. Ich bin für das Klavier in Siegkirchen zuständig und ich darf euch schon mal meine Kollegen auf die Bühne bitten, den David Hauser am Bass und den Johannes Eder on the Drums und den Emanuel Brunauer am Klavier. Der spürt uns jetzt eine wunderbare Komposition von Paul Desmond in der berühmten Version von Dave Brubeck. Sie hören jetzt Take 5. Viel Vergnügen. Das ist irgendwelchen Tag mit Engels Blüten. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Musik 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 Applaus Applaus